3 3 3 Liegt übrigens im Haus in der Truhe, ne? Mhm Ja Leut Da steht Hast du ihm jetzt die Farbe gegeben? Nein Leo, wo ist der hochgegangen? Mann, nur hier, schon Ich bräuchte dich mal hier im Bogeneinsatz, ne? Ey, Paul Oh, oh Tsch Tsch Ich geh ja nicht an unseren Oh, oh Das ist ja ganz doll Ich bräuchte mich überall, aber es ist ja Es ist ja schlimm mit den Monstern Ja, welche Difficulty haben wir denn eigentlich? Normal, oder? Ja, na den Na den Ich kann das mal wieder prüfen Ja Ich weiß den Cheat schon, ne? Wow Ähm, Slash Difficulty Da bin ich weit geflogen Achso, halt erstmal erstmal Okay Ich hab ne Hülle freigelegt So Hau Wie shit Der Creeperloch, ja? Eigentlich fliegt man auf dem Creeperloch Ich wills grad stoppen Wir müssen noch zwischenspringen hoch Und der schleuert mich aus dem Creeperloch raus Alter Alter Ich bin niemals auf normal Alter Ja, das kann doch nicht sein Das kann doch nicht alles weg sein, Mann Fuck, ey Das ganze ist wie ne Redstone, ey Sicher, ey Der schießt Der schießt aus dem Rücken auf mich Sicher Ja, ne, du weißt doch, das ist ein Sniper Ja Ich weiß, wie ein Cheater-Sniper ist und dort So, ähm Ja Komm her, du mal Zombie-Mongo So Paul, ich weiß jetzt übrigens, wie wir das machen müssen hier Und zwar pass mal auf, ach, weil Oh Gott, ich bin so in Mongo Die Hand NFT Befehl auf, ach, 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 ach Ich geh ein Unfall Und Auf, ach, 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 ach Ich bin, ich bin der Jetzt wird sie hoffentlich mal genug ausgeleuchtet. Was ist denn? Ganz ruhig! Loll! Hä? Was war denn das? Entschuldigung! Was weißt du denn, du Pfeifer? Darf ich nicht. Ich kann mich etwa moppen. Klingt die Festplatte auch noch schön, Leo? Ach ne, ich fragste jede Aufnahme. Ja, ich weiß. Ich bringe jede Erfahrung gemacht. Zweig, 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 so fertig. Oh! Was ist denn die Scheiße hier? What, what are you searching? Nein. Ach, ich find, alter. Meine Maus, meine Maus lutscht, das stimmt nicht gerade. Ja, meine irgendwie auch. Puh. Leo hat ein böses Wort gesagt. Und Leo freust dich schon darauf, wenn Defiance rauskommt. Das ist doch schon längst zu Hause, glaube ich. Was? Nee. Warte auf mich. In die Folge läuft's in die... Ja, ich bin noch vor der Hütte. Na, ich ne Axt, ja. So, ich muss jetzt hier out. Wo ist denn... Wo ist denn... Was suche ich eigentlich gerade? Ich bin jetzt losgegangen und weiß nicht, was ich suche. Das ist ja auch toll, Paun. Was? Was? Komm schon? Ich hab irgendwo Eisen eigentlich. Ich hab kein Eisen mehr. Ja, warte. Ich hab kein Eisen mehr. Ja, warte. Ich bring dir welches. Echt? Ja, zum selber einschmelzen, aber. Was? Ich glaub, hier brennt ein Baum. Oh my God, Leo, der Baum brennt. Ich weiß nicht, wenn es da brennt. Da brennt der ganze Wald nieder. Ich hab uns wissen, wo der Baum brennt. Paul? Nee, 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 der brennt bei uns. Nee, Paul entzündet hier alles. Soll doch mal auf, Paul. Lass dir mal einen an, Leo in Ruhe. Der kann auch nichts dafür. Ja, Paul. Ich erinnere mich im Vorzug auf mein Haus zu. Was soll denn das? Paul, auf den Dschungel. Der Dschungel hat ja nichts getan. Mein Geburtsdschungel. Hallo, Leo hier. Paul ist oben im Dschungel dran. Ja, der ist oben auf dem Baum. Lass ihn doch. Vielleicht will er ein bisschen Tatsang spielen. Wenn er runterfällt, stirbt er. Also lass ihn. Dankeschön. No Ding, no Ding. No Ding. Äh. 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 Ne, du weißt. Nur Problem und so. Wollah. Jetzt häl' ich echt was zu machen. Ja, sag ich da. Höh. Ich hab was wissen, wer den Abgang macht. Pff. Hä? Wie zu inkompetent. Guck mal, jetzt liegt ganz irgendwelcher auf dem Baum. Ach Paul. Ach fuck. Ich brauch hier viel für. Was ich mich frage, überlebe ich den Sprung? Welchen? Welchen? Die gleiche Fassel. Ja, überlebst du. Do it. Nee, nee, nee. Just do it. Jo, William. Jo, hat mir gesagt, mir ist so kalt. Ich hab jetzt ein paar warme Stiefel, da ist mir nicht mehr kalt. Oh. Na, nee. Hey, Dildo, wo bist du denn? Dildo? Also, so nenn' ich ihn. Oh, der Baum brennt. Jetzt mal ohne Schmarrn, das war ne Scheißidee. Wow, jetzt stirb so. Boah, war das knapp. Alter, Paul, was ist denn da? Fuck, du bist die ganzen Dschungel ab? Nein. Hier, Leo, warte. Leo, Leo, warte. Komm her. Mach eine Schaktion. Nein, mach so eine Sache. Jetzt stört ich dich. Paul, komm jetzt, wir gehen. Hier kannst du einen neuen Pflanzen. Paul, komm jetzt. Das greift sich über die ganzen Dschungel, du hattest du schon, ne? Macht nichts. Doch, das macht was, weil ich noch Holz brauch und alles. Ja, dann würde ich mir jetzt schnell abbauen gehen, doch. Leo, was willst du von uns? Was ist denn? Paul, wo bist denn du? Lass mal vor Leo's Haus treffen. Lass mal anzünden. Boah, ja eh kein Mensch. Doch, ich. Ja, komm, wir gehen jetzt in Leo's Haus. Boah, ich könnte nicht mal was für ein Nüftiges tun, Alter. Mach mal noch. Lass mich die ganze Zeit treuen oder so, oder zumindest zu versuchen, mich zu treuen. Das klingt euch ja eh nicht. Oh, ich hab, ich hab Eisen gefunden. Puh. 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 Puh.